ja warum ist sie und wir haben hier den zeigefinger gesagt ihr macht jetzt scheiße warum sagst du eigentlich jedes mal let's play daisy keine ahnung das ist aber kein zeigefinger das ist eine hand die du hochhälst und nur ja jetzt aber eben hab ich den zeigefinger warte ja jetzt im moment noch eine zeigefinger verlassen noch eine zeigefinger fliegs nicht f6 ist es alter f4 hat sie einen eingeloggter Not und da kommt Bambi Bambi und eingeloggt achten passt sie am richtigen Bambi kommt rein Bambi kommt rein ja hinter uns Robin wie immer Bambi reinkommt Hi Bambi Come in Hello my friend Aber der zeigefinger ist dran you're gonna die you know stand there get your back I shot you a second asshole ich hab dir jetzt bei gestorben verbindet bei der blut nicht er blut nicht ich bin zu far away Na Ali Was soll ich machen? Ich bin zu far away Nein 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 ich stier Au Peg I drop your formula andage voll schwule Hör auf ok er ist an tschüss was hat er da so schönes gar nichts wahrscheinlich hat er Handschuhe oh my god jetzt hat er keine Handschuhe mehr er hat kein t-shirt mehr er hat keine Schuhe mehr wie sieht es mit dem im Glitch aus also im Backmann hey der blutet fei der blut da am Fuß Scheiß drauf ey der war nicht nett ich bin nix rausgezogen die alles leise ist und der mit seinem Gedönster aber warte mal ich noch mal die die Angel vielleicht toll wie das außen oh ne der hat eh nix ich kann mir nicht sagen ich kann es nur noch mal wiederholen ich bin im Tierschutzverein und darf dir leider nichts tun der ist doch gut zum Wasser aber nur einen Pffs Momo die alle weg sind auf einmal der kann eh nichts ausrichten Orwen der hat nix aber an den können wir üben die b-d also von den b-d nex die ist er wieso konnte er nicht schlagen ob er sich der eine komische um mit mit dem betreffend wo ho 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 muss halt nur noch dauern gehen ne joo so ist es Woher sind Sie aus, Gey? Geyland? Was, er kommt aus Geyland? Ich habe ihn gefragt, ob er... Was ist ein schwulen Rechterland? Dann musst du sagen, wo kommst du her? Mann! Wollen wir versuchen den mal aufzunehmen? Ich werfe dich so lange mit Wattebeuche, bis du blutest. Ah, ich bin jetzt weg, ich lock mich jetzt aus. Wenn dort einer hört. Okay, Gameplay Andrew, how the rhyme, bis zum nächsten Mal.